Jetzt wird auf dich abgesehen. Ja, aber der nächste kann ich machen bitte. Ich bin der nächste. Ja, das wird nicht schicken, wenn ich gut werde. Müssen wir nur in den Gängen bleiben oder können wir auch in den Räumen kurz in den Däcken gehen? Wir können auch zwischen den Räumen rumspielen. Der nächste Rote kommt! Moment! Ich kann nicht mehr 없는ursicht. Aber das kann nicht mehr um diese Säuse entstehen. Recht simplicity! Acheini mit der Eins gem Charlize 이 networks Netflix. Rechtift merken! Rechtiniz! Ein! Der ist super! Ja! Richtig! Recht noch nicht! 1, 2 2, 3 2, 3 3 1 2 2 2 1 2 2 1 Nein! Also war ich jetzt. Ich weiß es nicht. Hast du mich getroffen? Ich hab nichts gespürt. Ja, wenn ich nicht getroffen hab, bist du aber jetzt. Jetzt hab ich nicht gebankt. Ich hab nicht gesehen, warum du schießt. Und ich hab nichts gespürt, deswegen weiß ich nichts mehr. Gehen Sie doch mal durchs Geld für ein paar Mal! Nein! Leider! 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 Hilfst du noch? Ja. Würdest du vorne stehen bleiben können? Nein, musst du nicht. Du musst hinterher. Ist gut! Du bist der Beste! So! Drei! Zwei! Eins! Los! Inspekt! Nein! Warte! Neh! Tick! 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 3, 2, 1, los! Ich brauche Munition, welches Magazin hast du? 1, 2, 1, los! 1, 2, 1, los! Muni, Muni, Muni! 1, 2, 1, los! 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 Wir haben so gut zusammengearbeitet. Und ich hätte sogar noch eine Wechselkantische für dich dabei gehabt. Du hast das jetzt so gerockt. Den anderen haben wir jetzt gerade hochgeschickt, der soll Imbos holen. Die Glocke geht ab wie Sau, Mann. Ja natürlich, das haben wir auch gesagt. Ich habe auch schon meinen Speedloader gesehen gehabt. Ja, wir haben das. Wir haben das jetzt gerade mal rausblicken gesehen. Aber das geht jetzt an, der war noch immer recht. Also Team Gelb, schaut's euch an, er hat euch da niedergemacht. HAU! 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 Also, muss man schon sagen, respektable Leistung, was man wirklich sagen, kann man nix dagegen sagen. Natürlich, natürlich, aber heute ist schon der Bärmdreckskrieg, und hat dann auch das von Josh. Was hat irgendjemand gemacht, die ganze Zeit? Gammelkränke, oder? Ja, der Gammelkränke! Ja, das war richtig der Boxenstopp, da waren vier Leute, da haben wir Kugeln auf, für Gas. Wo ist der Kletter eigentlich, der Kletteraffe? Von dem Rot. Ja, der holt wahrscheinlich doch den Imbus. Der will, den passen doch nicht gerade. Leute, ich hab nur mal so einen Zwischenteil, wo ich mich rumgedreht hab. Wo kommst du jetzt her? Stand da da vorne, da oben auf dem Dach drauf. Ja, der ist ja gut. Okay, also, vielen Dank. Guter Junge. Ähm, ja, dann würde ich sagen, machen wir eine... Fuck, das ging genau zwischen die Finger. Ja. Ja, Leute, ihr hättet die Nacht nicht... Was hast du denn gemacht? Ich bin vorgerannt? Ja, nee, da drin. Ich hab ständig die Seiten gewechselt. Ja. 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 Ja.